Oh Gott, wollen wir es wagen? Wir hatten ja teilweise Steinmännchen wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Es kann sein, dass es wieder so ein richtig heftiger Scheiß ist. Oder es ist vielleicht ganz einfach. Mal schauen. Also ich sehe hier gerade vier Steine. Puh, nochmal durchschnaufen. Also, das ist hier das Steinmännchen. Düfflin. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Knacks! Ja, ich denke mal, das ist erstmal einfach, oder? Die wollen uns ja hier nicht gleich abschrecken. So, einfach mal drauf hier. Zack. Nächstes. Zack. Ganz einfach. Ja, das ist einfach. Ich glaube, das ist nicht schwer. Da braucht man wahrscheinlich auch bloß eine halbe Gehirnhälfte hier. So, drauf. Mal gucken. Passt das? Nein! Selbst die Gehirnhälfte funktioniert bei mir nicht. Aber wir waren so gut wie fertig. Ja, vielleicht ist das jetzt der Endboss. Ja? Man denkt, das wäre einfach. Es sieht einfach aus. Es ist wahrscheinlich schwer. So. Wir machen es krumm und bucklig. Oh Gott. Ich mache mich jetzt hier zum Löffel. Ja, komm. Ich glaube, das ist ein bisschen wackelig hier, oder? Die letzten Steine. Die wollen mir jetzt nochmal richtig eine Challenge näher. So, jetzt aber. Oh Gott, bitte. Bitte halte. Oh nein, ich glaube, das ist nicht gut. Wir müssen irgendwie nochmal neu machen. Ich hatte erst den Mund so voll genommen, ne? Das sah so einfach aus. Aber jetzt geht es richtig ab. Ja. Das ist so ein schöner Schluss von unten. Ja. Genau. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd, wie ich das mache. Alles so schief. Ey, der letzte Stein will einfach nicht ran. Oh mein Gott, Steinmännchen, sagt Ventro. Ja. Das wirkt mich auch an. Es ist halt leider Gottes ein bisschen zu schief hier. Ein bisschen zu schief. So. Ich weiß gar nicht, ob wir eventuell das noch ein bisschen austarieren können. Also. Komm her. Komm her. Du wirst jetzt draufbleiben. Du bleibst jetzt drauf. Warum huppt denn der weg? Hat der irgendwie ein Flummi dran noch unten? Ey, was ist das denn hier? Ich dachte, das wäre leicht. Aber es sieht nicht leicht aus. Okay. Wir bauen das jetzt anders. Bevor ich ja... Gänzi den Verstand verliere. So. Okay. Das hält auch noch nicht immer. Also der Stein ist ja wirklich richtig scheiße hier. Mein Gott. Den Stein kriege ich nicht gebacken. Das war am Anfang so leicht. Noch kann ich mich freuen, bis ich selbst dran sitze. Ja. Ja. Ich glaube, den Stein... Also der Stein ist ja wirklich scheiße hier. Den Stein werde ich jetzt als Grundstein nehmen. Weil ich glaube, auf den kann ich nicht bauen. Auf diesen Stein kann ich nicht bauen. Aber ich glaube, der Stein ist aber auch ziemlich hässlich. Kann man den auf den bauen? Der ist doch auch scheiße. So. Okay. Jetzt müssen wir aber irgendwie an Höhe gewinnen. So. Das ist alles krumm und bucklig hier. Bleibt doch einfach mal so. Ach Gott. Bitte. Lass es. Lass es passieren, dass wir es schaffen. Ja, er ist gerade so noch drin. Ja. Wahrscheinlich einfach. Aber ich habe mich jetzt doof angestellt. Das war ein Steinmännchen Düfflin. Ich bin mir absolut sicher. Hier gibt es bestimmt noch ein härteres Steinmännchen.